From Disco to Disco interview ich ihn. Ich habe am Dienstag bei Ticken Schlampe Eric D. Clark, der eben diesen Welthit mit Whirlpool Productions hatte Ende der 90er. Und wir sprechen über Musik, die Branche, die Moral. This all gonna happen in Englishland. I'm very gespannt if I can't drink enough to speak English. I hope you will have a lot of Spaß. 20.15 Uhr am Dienstag, Ticken Schlampe.